Musik Hast du schon die Irons da jetzt eingestellt? Nein. Auch nochmal Lichtverhältnisse, komm mal her. Ich meine, es ist gerade richtig dunkel. Schief mal. Ja, das Hauptabschreibe ist auch ganz ok. Ein bisschen höher, ne? Ein bisschen mehr würde ich machen, ja. Ein bisschen mehr war? Nach vorne. Ich bin es. Ich hab dich aber nicht getroffen. Du hast mal einen Helden getroffen. Okay. War so ein geiler Run, Mann. Ich war im Respawn gestanden. Ich lasse dich. Abgeklöscht? Du hast mich? Ich hab. Ich bin daneben. Egal, egal. Ich hab mich gerade viermal an der Schulter. Guck mal. Ja, Paddy. Hallo. Viermal an der Schulter getroffen. Achso. Ne, ne, ne. Achso. Ne, ne, ne. Ohne, 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 ohne. Achso. Boah. Ich hab gerade überlegt. Ich bin da gar nicht, Team Rot. Dachte ich gerade. Warte auf. Wir ziehen alle hier her. Wir ziehen alle hier her. Ich bin hier. Ja. Ganz geil. Ich stehe nur an der Wand, dass ich euch euer Schlossfeuer gelegt habe. Ja. Nein. Nein. Danke. Hattest du mich getroffen? Hattest du doch, aber das wollte ich gar nicht. Ne, ist kein Ding, ist kein Ding. Kannst du ruhig hier nicht. Ich hab dich aber am Arm erwischt. Ah, scheiße. Sakel. Ja. In welchem Team ist mein Vater? Wie bitte? In welchem Team ist mein Vater? Kein, der wartet auf dich. Er sitzt drinnen in der Küche. Der ist wieder rausgegangen. Er wollte nur mit dir spielen. Papa, komm. Papa, komm. Papa, komm. Papa, komm. Papa, komm. Papa, komm. Ich bin so blöden. Ah. Wie ein Nuller-Spawn, oder? Ja, ich heut noch mal ne Brille durchsicht. Hast du ein bisschen Brille rein gemacht? Ja, hab ich. Zimmer sieht durchsicht. Du bist einmal zu heißer Typ, oder? Ja. Ja, das mal läuft. Ja, genau. Wenn man mal feucht ist, ist man feucht. Das ist halt so. Chef. Chef 2. pass bloß auf rolle wenn überrannt angriffswelle skorpion ok hat gewonnen wir können weiter ich gehe jetzt hoch den hole ich mir in den sack den hole ich mir hat keine freunde gleich mehr hallo christian du lappen hallo christian willst du mal sehen wie es aussieht wie man eine kugel in die fresse bekommt hallo ich liebe dich hallo kam gerade niklas ja sehr gut hallo christian der lappen hallo der lieb der lieb ich weiß es er lieb der weg in deinem alter peri darf man sowas nicht mehr machen hallo gib einfach auf scheiße nein nein ich habe es gewusst ich habe es gewusst niklas gesagt der liegt am boden der lieb hättest du ihn rausgeholt ich habe mir auch schon gelieb auf dich gewonnen danke ich hasse dich ich kriege jetzt alle von hinten aus den sack ey der Kerl ist dir heute ein assi ein richtiger assi der hat mir vorbeigert hab mir ein bisschen länger gezahlt ich habe mich eingelachen hallo ich muss uns nicht die beste wir brauchen noch einen mann warum ist denn keiner mehr hier das ist ja eigentlich was gutes oder ja von uns ist keiner mehr da meinst du hier oben ja keiner schützt mir den Gang wer war Gang ich und der Kerl der Kerl ist weg hier an der Deckung ich hatte dich an der Waffe der da hier vor mir Waffentreffer zählt kein Problem kein Problem ich hasse ihn du hast keine Freunde selbst deine Mama hat dich disabonniert ich weiß nicht das ist ja das ist ja du hast dich du hast dich du hast dich sorry Mann Niklas war mein Lao voll gegen Kopf auch noch ich bin doch so schön wie er geht Warum hast du mich mit deinem Körper nicht beschützt? Habe ich nicht gesehen. Ich hätte jetzt vor mich springen müssen. Wie kann das denn passieren? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ecke! 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 Vielende! Ecke! Ist ein unglaublich. Bist das bei uns nicht so lebt. Weg! Weg! Du bist jetzt Hit, Mann. Du bist super von Hits. Du bist auch Hit. Ich war in Respawn. Ihr seid solche Lappen, seid ihr. Hallo. So, ich geh rein, Jungs. Wir sehen uns. Geh weg, geh weg, Mann. Lauf, lauf. Spielende! Spielende! Das ist eine rote. Ich habe das gerissen. Bleibt auf den Weg. Weg, 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 weg. Rundfunk. Fangen wir an. Tick. 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 Wettmann. Farber. Tick. 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 Mit Untertiteln von SWISS TXT Ah! Ruth, Ruth! Ruth, Ruth, kommt! Ruth, ran! Ran jetzt! Hit! Da muss erst Papa kommen, ne? Hit! Los, pushen! Hier, mal eine Frage! Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Akku, die lässt nach. Wenn die Kälte halt, ne? Gibt es die Chance, dass ich unten einen Ausleiter habe? Wir haben Ersatzakkus hier, kannst du ja ausleihen, ja. Waffe geht auch, ausleihen. An sich schon, ja. Weil mit der lässt sich nicht wirklich spielen. Nee, dann geh rein, frag mal. Kostet mal 15 Euro, vielleicht weniger, weil ein halber Tag noch ist, ne? Ja. Kann man sich auch noch eine andere nehmen? Wenn du mit der nicht zufrieden bist und ich schieße nicht, dann ja. Oh, sorry. Hilfe! Noch erwischt, mein Freund. Und raus. Mein im Bunker rennt. Wer rennt mit mir? Ja, okay. Nimm zu, los, los. Hey! Das war aber gut. So, los rein rein. Ah. Muss tief gehen, ne? Muss tief gehen, ne? Halt! Wie funktioniert das? Aufmachen. Aufmachen. Halt! Waffenbreffer! Halt! Uh! Ich hatte ihn an der Weste, was habe ich denn erklärt? Da steht auch ein Code, da stehen drei Ziffern drauf. Wir müssen noch die Bombe legen, komm du mit mal mit rein, ich brauche jemanden, der sichert. Genau die richtige Position. Ich bin die ganze Zeit rum, rum, wieder rein. Aber es bringt nichts, raus, Bunker rein, komm, lauf Schnucki. Scheiße man, richtig schlecht verloren. Will dich alle freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.